Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achimund. Das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 22. Januar. Heute haben wir dabei als News OnePlus, Instagram, Gboard, Nokia, Alexa und Sphero. Beginnen wir mal mit OnePlus. Das ist ja ein Smartphone-Hersteller, der in den letzten Jahren ganz populär geworden ist. Und da ist jetzt aufgefallen, also einigen Nutzern ist aufgefallen, dass ihre Kreditkarten belastet worden sind. Und ja, dabei kam dann jetzt raus, dass anscheinend Kreditkartendaten geklaut worden sind. Und das anscheinend von rund 40.000 Nutzern. Von daher, falls ihr mit OnePlus schon mal irgendwas gemacht habt, schaut mal auf eure Abrechnung nach. Nicht, dass ihr da auch betroffen seid. Und derzeit hat OnePlus auch die Bestellmöglichkeit-Kreditkarte entfernt. Und wir müssen mal ein Auge draufhalten, was da noch passiert und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Nächstes Thema, Instagram. Es vergeht ja kaum eine Geek Talk Daily Folge ohne Instagram, habe ich das Gefühl. Ja, Instagram bzw. die Instagram-Stories werden jetzt transparente GIF-Sticker von Jiffy bekommen. Die kann man dann auf seine Storys pappen. Und ja, wieder ein Feature mehr oder ein Goodie mehr zum Nutzen in den Storys. Es wurde wohl schon ein paar Mal damit experimentiert. Es ist auch wie üblich wieder nicht sofort für alle verfügbar, aber haltet ein Auge drauf. Es wird wohl anscheinend kommen und dann könnt ihr eure Instagram-Stories mit einem entsprechenden GIF oder GIF, wie man es ausspricht, dann versehen. Ja, bleiben wir beim Thema GIF oder GIF. Das Gboard, das ist ja eine alternative Tastatur, die gibt es für iOS und für Android, ist ganz populär. Ich bin auch ein großer, begeisterter Nutzer des Gboards. Das hatte bislang schon auf iOS und es kommt wohl jetzt auch in die Android-Version rein, die Möglichkeit, eigene GIFs zu erstellen. Dafür gab es rechts ein kleines Symbol mit so einem Loop-Zeichen und damit konnte man das machen. Und das, was bisher unter iOS verfügbar ist, das wird jetzt auch für Android wohlkommen. Und wenn ihr da drauf tippt, bekommt ihr auch eine 1er-Erklärung. Ich kann die Tastatur nur empfehlen. Schaut es euch mal an, wenn ihr Lust drauf habt. Was ich eigentlich ungern mache, sind ja Gerüchte oder Spekulationen hier in den Geek Talk D-Lights News reinzupacken. Aber wenn manche so eindeutig sind, dann mache ich das auch. Und zwar geht es jetzt nämlich um die Einladung, die Nokia rausgeschickt hat für ein Event vor dem MWC, also dem Mobile World Congress, der jedes Jahr im Februar ansteht in Barcelona. Und da kann man jetzt sehr gut drauf spekulieren, dass es bei Nokia demnächst um Smart Home gehen wird. Denn die Einleitung heißt Welcome Home und ein Pärchen ist drauf abgebildet, was sich eine Lampe anguckt. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Es ist ja nicht so, dass Nokia jetzt gar nichts mit Smart irgendwas im weitesten Sinne zu tun hat. Die haben ja Y-Sings gekauft und damit unter anderem ja auch eine Waage und diverse andere Geräte im Angebot. Von daher vielleicht der nächste Schritt. Es bleibt spannend und wenn der MWC beginnt, dann werden wir euch da natürlich auch auf dem Laufenden halten. Alexa. Ja, die Alexa-App, die bekommt nun endlich eine lang erwartete Erweiterung, dass man nämlich die Alexa-App genau wie eine normale Alexa benutzen kann. Auf iOS, aber noch besser auf Android, weil da kann man natürlich mehr machen, da ist man nicht so beschränkt, soll dann wirklich die App funktionieren, wie so eine Alexa, wie so ein Echo, besser gesagt, den man zu Hause stehen hat. Also mit einem Hot-Word soll man die ansprechen können und dann macht sie Sachen und beantwortet Fragen. Ja, das steht jetzt auf jeden Fall an. Also kurz vor dem Release, wie es scheint. Und ich bin gespannt, ob es funktioniert und auch ganz gespannt, inwiefern es gerade auf einem iOS-Gerät funktionieren wird. Von daher auch da, wir halten euch auf dem Laufenden. Und das letzte Thema für heute ist Sphero. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, Sphero, oder ob ihr mit dem Namen was anfangen könnt. Das sind die, die vor zwei Jahren, oder drei Jahren waren es, zum ersten neuen Star-Wars-Film mit dem Roboter rauskam, mit dem BB-8, den man steuern konnte. Also ein ganz großer Hype war ja damals um das Gerät. Danach haben sie auch noch weitere Disney- und Star-Wars-Roboter rausgebracht, die man mit seinem Smartphone steuern konnte. Und das diesjährige Weihnachtsgeschäft lief wohl nicht so gut, denn sie haben jetzt bekannt gegeben, dass sie relativ viele Leute entlassen werden, und zwar 45. Und sich eigentlich auch aus dem normalen Spielebereich zurückziehen werden und den Fokus auf den Bildungsbereich legen werden. Also eher so Roboter zum Erlernen von Robotik. Da sind sie wohl durchaus auch schon relativ stark in manchen Bundesstaaten in Amerika. Und das wird jetzt der Fokus sein. Also keine kleinen Spielzeugroboter demnächst mehr für uns. Ja, schade. Also ich fand es immer ein spannendes kleines Gadget. Selber habe ich keines gehabt, aber immer gerne angeguckt und immer kurz vorm Kaufen gewesen. Und ja, das war es auch zum Start in die Woche. Mehr News habe ich nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche, egal ob ihr Schule oder Arbeit habt. Ja, kommt gut rein und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.